Was machen die? Ach so, weil ich gekämpft hab. Gute Nacht. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt, äh, ich hoffe, ich hab den mitgenommen hier, weil ich hab gekämpft und so ruhig die Klosse hinhaben soll. Null, hab ich nicht. Na gut. Ja, hier, das macht jetzt nicht mehr so eine Ecke und dann ist sie halt nichts mehr, ne? Das stört jetzt auch niemanden, da kann ich eventuell hier mal die letzte Tulpe mit reinpacken. Da hatte ich noch eine Tulpe vor Ort dahin. Wunderschön. So, jetzt muss ich mal schauen hier. Wo? Wo? Ich hab da ja einen Creeper fallen hören. Musst ihr? Wow, da ist er. Hast ihr denn so gedacht, hm? Aber die roten brauche ich. Rot brauche ich. Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Rot, 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 rot. Rot, rot, rot. Brototodendron. So was essen количеcken. Was ich jetzt hier macheMach und was denn, der, da? 2500 Da kommen die s 1993 auf. Die kommen von oben, ne? ja die kommt von hier noch weil hier noch nichts ist ist wieder hell noch ausgefüllt deswegen kommen die noch ist egal machen später so habe ich mir das gedacht das ist vielleicht ein bisschen seltsam aussehen könnte ich hier wenn du wirklich komplett zu machen ok kann man sich hier so hinsetzen ja das glaube ich sehr schön BAM 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 sieht echt cool aus und hier habe ich auch eine idee und zwar moment da kann ich sogar gleich den neuen das neue zeug nutzen jetzt habe ich keinen knochen mehr wahrscheinlich noch gibt es dich noch hier 3 ist jetzt nicht besonders viel ok gut hat nichts gesagt hat absolut gar nichts gesagt so und du noch komm na los so hier kann man nämlich bei solchen aktionen kann man nämlich auch den das gras hier noch ein bisschen erhöhen denn jetzt genau in dieser ecke dann halt von extrem verwildert aus jetzt sieht man da nämlich gar nicht mehr durch boah das ist eine echt geile option die man jetzt hat mittlerweile genauso kann man das hier machen jetzt sieht man da nämlich auch nicht mehr durch jetzt habe ich den ganzen Stapel verballert schon ich bin noch nicht mal da wo ich hinwollte da hinten immer diese verspendungs sucht bei gras so margarete sehr schön die zusammen nämlich das gras und man sieht gar nicht mehr was ja eigentlich war tadaa das kann ich eigentlich weg machen hier sieht gut aus warum nicht sieht auch nicht schlecht aus wunderschön causa oder noch dauert lang manchmal so schau es mal an jetzt sind wir da drüben fast gar nichts mehr ich habe rosenbüsche kriegst du nicht einfach so keiner sein so hier höre ich auch noch zu sie kennt hier noch so leicht dass da irgendwas ist aber kennt und nicht wirklich viel du weißt dass da steht so guck mal diesen wald an wie der aussieht das ist die herze das sieht einfach nur aus als wenn dahinter und durchdringlicher wald liegt hier das ist so geil da kann sie noch gerade so drüber schauen dass da noch ein gebäude ist erreicht es von hier aber auch nicht ok wunderschön jetzt kommen wir noch was ausbessern können nicht wirklich ich war ausdrucken ob man irgendwie rosen bekommen kann du kannst ja alles mögliche anpflanzen kriegen aber irgendwie rosenbüsche habe ich nicht gesehen dass wir die kriegen können die rosenbüsche war das nicht dabei man sieht aber ganz eindeutig dass das hier die alte region ist und dass wir da mit neuen zeug nachgeholfen haben ich glaube du kriegst auch nur die beiden pflanzen kann das sein nur die beiden aber trotzdem zwei pflanzen mehr ist schon cool du bist du weißt dazwischen sieht richtig nice aus so eine maschine wäre cool mit der man was ich einzeln können sie jetzt hier bam 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 ich hätte gern von da nach da nach da nach da alles mit gras voll und dann legst du das knochen mehr rein was du brauchst dafür und dann geht's los so wir haben noch blaue orchidee und porzellanchen haben wir verbraucht das haben wir verbraucht wir brauchen noch rosa tulpen sonnenblume weiße tulpen und margariten haben wir auch schon verbraucht also noch für drei blumen es ist gar nicht mehr so viel dann geht dann hier wahrscheinlich sogar schon gleich der zaun los und dann würde ich gucken ob ich weiß guck jetzt mal ob ich vielleicht hier das gleich mit ups ich das hier vielleicht gleich mit stufen regeln kann das wollte ich nicht so und hier kommt jetzt aber auch erde hin das wird ja hier dann die angepasste höhe so ist es dann hier überall steht aus ok 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 sooo dann kann ich hier mensch weg damit und da noch einen und das kommt auch weg und das kommt auch weg das ding jetzt gerade auch was ist denn das für ein tag heute ist gar nicht das ist ein tag ohne gleichen es hat das war gerade die eine nette frau vom internetanschluss es ist hat er erzählt dass ich jetzt im februar dass ich jetzt im februar neuen internetanschluss bekommen mit dreifach so starker leitung 20k das ist nicht sonderlich viel aber es ist auf jeden fall wesentlich mehr als ich bis jetzt habe und das freut mich blablabla und da war die gerade angerufen und wollte was mit anschluss termin klären blablabla und es hat sich herausgestellt dass das schon in der 8. februar woche ist das heißt ich habe in drei wochen besseres internet total geil freut mich und achte gut in vier wochen mauer vier wochen so da was ist heute ein tag ich will es nicht ich brauche jetzt mehr bäume das ist wichtig ich musste mir jetzt mehr bäume holen weil ich auch wenn ich froh dass dass ich den erwischt habe noch das war jetzt aber auch das fiel mir vorbei fehlt noch eine tür ich werde beschossen verstehe ich nicht so in dem teich da will ich auch noch was machen das sieht eigentlich ziemlich cool aus ich muss mal gucken ob ich den vielleicht noch irgendwie verbessern kann das fahrzeug ist doch hier also auch auch hier der pfeil da oben geht aber auch nie weg ne grün gezeigt genau so will ich das haben ich war noch ein paar mürchen mit wollen die schweine da oben noch füttern damit wir eine schweine kriegen für uns für die villager die schweine da oben noch ein bisschen glowstone vielleicht habe ich ja was habe ich hier kloster das ist noch nicht ich glaube schon das war nicht dran aber irgendwie war ich mir sicher dass ich das da reingepackt habe so moment 18 glowstone das reicht aber für ein bisserl was voll spaß zu bauen ich mich kann ich wieder aufhören ich muss auch ganz viele andere ich muss also den street aufnehmen spaß gerade spaß ich habe jetzt mal hier so einen schleichweg so ich würde so einen schleichweg hier runter geht dann hier lang wo es geht ja schon die wunder und zum guter letzt kommt er dann hier rein wunderschön haben wir jetzt einen kleinen schleichweg war nicht schlecht und das baue ich dann mit bäumen zu ich mir jetzt geholt habe genau aus dem grund eigentlich wo ich auch immer es jetzt weg renne ja da war natürlich gleich den schleichweg zu der baum auch nicht schon und tut man halt stützen würde ich auch in der richtigen realität machen wenn ich im baum im weg steht dann würde ich ihn auch einfach unterstützen so ist jeder noch das noch weg wunderschön ist bei mir hier warum kann zwei lang werden das heißt hier ist die letzte grenze wo ich zum baum platzieren kann daher kann ich kein alles klar okay also für alle das nicht wussten auf doppelte pflanzen kann man keinem